Ich reise ab, ich verlasse Basel. Sie haben die grosse Ehre das letzte Interview. Ich lasse mich nicht so schicken. Wo reisen Sie an? Was machen Sie dort? Ich reise zum Europaparlament, weil ich dort ein Vorstellungsgespräch habe bei Politiker von der Familie Le Pen und bei der Alternative für Deutschland. Herr Gernet, ich muss Ihnen sagen, das Gericht hat mich gestern nicht ausreden lassen. Der Fuss hat mir der Polizei Pressensprecher Gill eingelämmt. Herr Werbel, um das geht jetzt nicht, war eine kulte Frage. Sie haben uns ankündigt, dass wenn Sie da wegfahren, dass Sie uns ein Unterschreiben, ein Rücktritt schreiben, uns im grossen Rat mitbringen, den wir dann abgeben können. Haben Sie das dabei? Ich habe das im Gericht gestern abgegeben, steht heute auch in der BZ, in der Zeitung. Ich habe meinen Rücktritt geschrieben, im Gericht abgegeben. Das Gericht hat mich nicht ausreden lassen, das Gericht ist hochkriminell. Ich werde bedroht von mehreren Leuten, die haben geschrieben, sie werden mir den Schwanz in den Popo stecken. Ein Polizist hat gesagt, und das verhindert die Staatsanwaltschaft. Herr Werbel, auch um das geht es jetzt nicht. Eine andere Frage. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie abreisen aus Basel. Letztes Mal sind Sie nach zwei Zugstationen wieder rausgestiegen. Wer sagt uns, dass Sie jetzt nicht wieder aussteigen am Drellendreck? Sie werden auf Strassburg fahren. Ja. Sie werden auf Strassburg fahren. Meinen Sie, ich gehe einen Gochisi putzen im Asylantenheim, wo man mich gestern verurteilt hat. Ein Polizist von Basel hat gesagt, da sprang der grosse Rot. Der Schwanz in Popo stecken. Der Schwanz in Popo stecken. Der Schwanz in Popo stecken. Das ist ja besser, als ins Gefangnis zu gehen, oder? Der Schwanz in Popo stecken. Der Schwanz in Popo stecke Fickie, fick, lädisch, tisch, pop, 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 tisch, fickie, 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 fick Schwanze Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020